E-Cannonball, das Original von und mit Ove Kröger und Michael Schmidt. Moin, ich bin Ove von T&T Tesla und der E-Cannonball Countdown ist jetzt online. Und zwar geht es darum, bei Glimpse alle Teilnehmer zu verfolgen. Ich hatte das gestern schon mal angekündigt, aber jetzt könnt ihr auf unserer Homepage www.e-cannonball.de den Countdown sehen und dann dabei sein, wenn es losgeht und die Teilnehmer verfolgen. Das sind die aktuellen News. Bis bald.